Das Supertalent 2015, oder wie ich es eher nennen würde, Deutschland sucht den Superstar 2.0. Oder man könnte auch sagen, Deutschland sucht den Superstar 2016, wo ja bekanntlich alles erlaubt sein soll. Das klingt dann ja eigentlich nach Supertalent, denn Supertalent besteht hauptsächlich aus Sängern, plus ein bisschen Akrobatik und Klamauk, und das war's dann schon. Und ja, anstatt wirklich sozusagen sinnvoll die Sachen zu bewerten nach Können oder Nicht-Können, wird alles überdramatisiert mit Herzschmerz und was weiß ich, was alles für ein Mist ist, ist langweilige Scheiße. Dazu kommt, dass ein gewisser Teil der Leute einfach engagiert werden von RTL, da aufzutreten und nicht wirklich sozusagen, ja, eine Art, ja, Talentsuche entsprechen, sondern einfach engagierte Artisten und sonst was sind, die man irgendwo auf der Welt gefunden hat, die eigentlich von Showformat zu Showformat dingeln. Und naja, von Jahr zu Jahr wird der Dreck mieser, beziehungsweise die Quoten werden immer beschissener. Es fragt sich nur, tja, warum setzt RTL das nicht ab? Wahrscheinlich deswegen, weil die Quoten noch nicht so mies sind, dass man sagen muss, okay, es muss raus, beziehungsweise RTL hat einfach keine sinnvolle Alternative, die wenigstens etwas besser miese Quoten schaffen würde. Dieses Jahr hofft man wohl, ein bisschen bessere Quoten zu schaffen, indem man, ja, Inka Bauses Bauernfans dazu holt. Ob das funktionieren wird? Na, wahrscheinlich nicht. In diesem Sinne totaler Dreck, den man sich eigentlich nicht anschauen sollte. Aber ich glaube, dieses Jahr werde ich mir diesen Abfall mal zu Gemüte führen und ein bisschen darüber ablästern. alimentos – Dent auf der Kitten